Bombe, wirklich. Jetzt ist Jens ja noch nicht da, das heißt die Gegner davon ist ja nicht gestorben. Perfekt, die Feuille halt auch. Ich hab keine Ahnung. Nein, Jens ist noch nicht, Jens bleibt doch mal stehen bitte. Jens ist noch nicht da, dementsprechend sind die Fäulen ja noch nicht gespawnt. Jens ist 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 noch nicht gespawnt, работу. Ich werd只有 voll idiota, Alter. Ja, dann kommst du wieder zurück klar? Ja, bringt jetzt auch nichts. Jetzt sind die voll schon gespawnt. Also du kannst dich jetzt komplett durchfahren, oder? Ja, komplett durchfahren bis zu zweiten Feuille und dann verwechselt. Ich bin der Wettbewerb. Ich bin der Wettbewerb. Es muss eine Quelle geben, die Kabala haben uns schwer getroffen, aber die Besessenen könnten die IDZ für immer ruinieren. Setze Dämonen. Oh fuck. Geil. Jens, was machst du? Boah, der Typ, Alter. Ja, warte, ich hole ruhig kurz und dann... Ich muss kurz zurück, richtig.